ja und herzlich willkommen hier zurück bei iron talk subnautica so ich bin gerade bei mir ein kreislauf tauchgerät sozusagen zu basteln das was gleich mein helm reinkommt sozusagen nämlich ein wenig tiefer sozusagen oder länger tauchen kann so wir nehmen erstmal die polung raus packen hier an ist der kopf stimmt ja so halt helm austauschen so und so genau habe ich irgendwo diese dinger hingeräumt ja signale da so die nehmen wir auf jeden fall und den helm muss jetzt ablegen irgendwo doch wunderbar okay das heißt kann jetzt auf jeden fall länger unter wasser bleiben zu mal schnell noch was reinhauen so und wir gehen jetzt auf titansucher vielleicht finden wir noch ein oder das andere teil was wir gebrauchen können so jetzt muss ich mich ganz kurz orientieren noch mal wo ich hier bin hier bin ich gut wir schwimmen einfach mal jetzt hier in klang ich habe einfach lust drauf hallo ihr großen waren wir schon hier drin sieht nicht danach aus ruckel 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 wir probieren es einfach mal ach der stilieranzug hier so kriegen wir auch titan ist okay so nehme ich gerne titan mit für nichts und wieder nichts äh tun einfach nur ein bisschen scannen fertig das ist doch schöne sache ach hier haben wir noch ein teil ja immer her mit den titan kann papa gut gebrauchen also schließen könnte ich so wieder aber das will ich nicht nö okay gut was ist das hier nö okay cool dann schmeißen wir erstmal titan erstmal hier rein so so ups äh okay cool ähm von dort sind wir da ist unsere Heimat das heißt zahlack einfach mal gucken was hier so ist wer schreibt mich denn hier an ok dann gehen wir einfach mal so durch ach so wieder ein automat ach guck mal hier titan titan nö hier ist nichts aber dafür drei beißer so das ist salz das brauchen wir nicht ne gut ok machen wir es so naja es wird langsam mit den titanen werden gucken ob hin ach so ich dachte es wäre jetzt ein stück zum scannen oh guck mal und ein live pot ist da yeah geil wenn die ruckelorgie vorbei ist ok ne hier ist nix drin irgendwas drumherum vielleicht nö ok dann gucken wir mal hier erst mal mit unserem motto hin buff weggeschubst ist auf jeden fall ein großes stück was hier abgebrochen ist ne nö da nichts ups bisschen zu toll geschwenkt ne jetzt auch nix nö ok vielleicht liegt ja irgendwas draußen deswegen fliege ich einmal rum aber ich sehe hier gerade nichts gut so holen wir mal nach dem eingang da ist ein eingang da ist ein eingang ok jetzt wäre natürlich dieser speedy weg am besten ah ja halt warte warte mal ich weiß dass man daraus die batterien rausnehmen kann hahaha ich wusste es nö hier ist jetzt sonst nix wir gehen mal ganz kurz erstmal noch mal luft atmen holen ach so den stuhl jo dann habe ich stuhl 3 so erstmal luft aufholen so und los geht's äh hier nach oben hier zwischen runter da rein da rein ah so ne hier lang nicht ach guck mal hier ein arm den tun wir auf jeden Fall scannen für den Roboter hey 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 nicht den Scan abbrechen ach da lag dann gleich zwei ok ach so das wäre jetzt nur Titan das kann das kann wieder kein Schwein lesen das kann wieder kein Schwein lesen ach so arme sind das nur bisher ja arme 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 oh 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 ähm ähm mist ja 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 ah ne halt da da muss ich ähm genau äh ich fahre ich fahre halt doch nochmal zurück und werde Dings holen ähm unsere kleinen Scooter mit denen bin ich ja doch ein wenig schneller unterwegs deswegen also ist doch schon sinnvoller dass wir den Scooter mitnehmen das ist doch besser tut mir leid dass ich nochmal zurückfahren muss aber das ist mir lieber da sind wir einfach einfach schneller in diesem Frack unterwegs Puff weg genau ist schon Wahnsinn das U-Boot Welcome aboard Captain so ach ich kann ja das ganze Titan erstmal rausschmeißen stimmt ja ähm ja die Batterien und so habe ich alles sicherheitshalber mitgenommen falls wir doch mal unterwegs was aufladen müssen austauschen müssen deswegen würde ich erstmal hier das ganze Titan raus so ok so ok hauen wir erstmal hier das ganze Titan rein so ist ja ja mein Inventar ist ja voll stimmt ja stimmt ja so da gehen wir ganz ne ohne den Rapper äh ich muss erstmal was rausschmeißen weil ich wollte jetzt gleich das ganze Werkzeug da drüben Messer raus Bilder rein so so weil dann wäre ich gleich erstmal da drüben das ganze Titan was wir nicht mehr brauchen erstmal alles mit Titan vollstopfen und wenn wir haben haben wir oder was wir haben willkommen ab ja so so achso der braucht erst das Glas glas ja ok ja ok ich habe schon verstanden ich habe schon verstanden dann will ich erst das Glas haben ok ok erst das ganze Glas dann halt mal später so noch den Rest Titan da raus kratzen so 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 wir wollen ja den hier mitnehmen den Scooter und brauchen auf jeden Fall nochmal drei Batterien denn den Scooter tun wir erstmal hier aufladen äh wir schmeißen erstmal unsere Bilder weg und das Messer rein so ähm Batterien 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 8% 68% die Tumor austauschen oder äh 80 100 Reparatur äh die Tumor auch mal austauschen gegen 100% so so 1 äh 1 2 3 ähm da 68 80 und 8% so wie sieht es hier aus du könntest nochmal was gebrauchen bitteschön wir hauen noch was zu trinken rein in den Kopf so sieht wieder gut aus für uns und wieder zurück zum Frack da nochmal reinschauen so wir sind da so rüber gut dass ich so viel Frachtkapazität mitgenommen habe da waren wir schon drinnen das heißt da in die Richtung so ungefähr achso Salz ist das ok muss es doch jetzt irgendwo sein gleich warte mal genau hier müsste jetzt hier vorne irgendwo kommt ja da ist das plong hat es gemacht plong hat es gemacht so da oben na torpedofragmente oh ja das ist schön ok torpedofragmente achso ok torpedofragmente und fangarm brauchen wir nicht mehr haben wir schon den fangarmen roboter ich scanne nochmal sicher sicher war nur das ja ok gut ähm nee hier ist sonst nichts mehr achso schade achso schade ich dachte ich kann ihn reparieren nee hier ist auch nichts mehr achso ok gut so fix hier raus so so ähm ich muss jetzt also bei der steuerkonsole die so blau leuchtet auf jeden fall weiter runter tauchen hier nach unten die blaue konsole geht es noch weiter erst mal entladen entladen torpedo haben wir schon nö das war's ok das war's dann puh das heißt nur noch hier gesund rauskommen genau ähm ich weiß nicht ob er es gemacht hat ähm ja dann gehen wir jetzt erst mal hier raus wieder da entlang da entlang da entlang bevor wir hier drin ersticken sollten hier sind wir auch durch ok schön cool klasse dann waren wir jetzt hier unten schon dran höhlen tun wir auch immer noch besichtigen ordentlich aber ich gucke noch mal weiter ob wir hier noch irgendwo irgendwo noch ein paar fracks finden vielleicht ich muss aufpassen nicht dass diese ganz großen viecher kommen weil die können nämlich unser schiff nämlich hier etwas zerlegen ähm deswegen repariere ich den mal sicher sicher achso der ganz große ist da ok gut steine die fliegen können ja ich weiß dass ich nicht zu weit rausschwimmen darf hier ist auch nix ist wieder so ein ganz großer wahl umgetült irgendwie so was bist du da wärme kraftwerk ok wauw ok 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 das will mit der mann ganz andere geräuschkulisse krass ok 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 mal dass da ist irgendwas gleich direkt hinter mir ist das denn ein ei okay wir sind schon ein bisschen tief ich kann ich leider nicht scannen was haben wir hier tiefenpilz ich nehme dich mal sicherheitshalber mit ok ach so die sind so groß ja wartet dann können wir uns erstmal hier erleichtern an material nehmen wir auf jeden fall noch ein paar mit 12 er sagt ich kann das hier irgendwie scannen ach so die pflanze scannen ja das können wir dann gleich natürlich mal mit schon wieder mein inventar voll herr mein inventar ist wieder voll ok ja was groß ist es hier auf jeden fall ich nehme auf jeden fall hier noch so ein arsch weil mit an an diskuschen 2 3 die nehme ich auf jeden fall erst mal mit ja wir tun mal ganz kurz ausstoff auf tanken ok hier habe ich zwei da habe ich vier dann nehme ich auf jeden fall hier noch ein mit ach so dass jetzt quatschner auf jeden fall sehr quatsch halte ich ja gucken kann ich leider keine promo kommen ok auf jeden fall sehr viel quatsch ist hier zu finden und uran natürlich ist natürlich cool muss ich natürlich gucken wie wir hier hin gekommen leicht grünes gebiet ok ja erst mal zurück ach guck mal hier sind die wale schon wieder ok durchs rote gebiet wieder ach da ist das fragteil wo wir drin waren ok gut dann kann ich mir ungefähr so den weg merken wo wir das nächste mal dann wieder hin können ok dann verabschiede ich mich erstmal hier ja und dann werden wir glaube ich mal in eine andere richtung fahren nach paar frack suchen na gehen wir mal auf frack suche einfach also ich wünsche euch noch schönen abend und bis dahin ciao